Carl, du solltest doch zum Essen kommen. Großmutter, wenn ich einmal groß bin, werde ich Abenteuer erleben. Und dann, dann werde ich Bücher darüber schreiben. Meine erste Reise führte mich nach Amerika, in das Land des Roten Mannes. Aber es war auch das Land gewissenloser Banditen. Dort gaben sie mir meinen Namen, Old Shatterhand. Und ich traf sie, die Liebe meines Lebens. Doch ihrem Volk wurde großes Unrecht zuteil. Skrupellose Banditen rauten das Land der Indianer. So kam es zu einem Kampf mit dem Edelsten von ihnen. Wenn nicht. Was als Feindschaft begann, wurde eine innige Freundschaft. Wir wurden ein einziger Krieger mit zwei Körpern. Mein Bruder. Mein Bruder. Doch aus dem Reich der Dunkelheit kam eine Gefahr. Eine Gefahr, die uns alle traf. Nein! 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 Benetro!